Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Den Vlog, den ihr im Anschluss sehen werdet, der wird ein bisschen, wie heißt das, unausgeglichen kann man nicht sagen. Also ein bisschen chaotisch sein, sag ich mal, weil ich halt manchmal wieder was vergessen habe aufzunehmen. Und ja, also es wird halt mehr, also ich zeige euch mehr, sag ich mal, als geredet wird. Ja, aber es sind trotzdem sehr schöne Rückblicke, sag ich mal, auf die Gamescom. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Gamescom, nur der Rückblick war ein bisschen scheiße, aber naja. Und ich will euch gar nicht so lange hinhalten, jetzt kommt das Video, haut rein, ciao. Yo Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Gamescom und sind gleich da und treffen uns gerne mit ein paar Kollegen. Und wie spät ist es jetzt? 8.29 Uhr. Wir haben super geschlafen auf jeden Fall, alle, ne? Und ja, ich zeige euch gleich nochmal die andere Ansicht. Das ist die liebe Jackie, das ist die Freundin von Sparta. Sag doch sowas hier mit, dann natürlich. Okay, eigentlich ist Sparta Single. Nein, das ist er nicht. Er ist vergeben, glücklich vergeben. Und ja, wir hatten eine wunderschöne Nacht. Ich befinde es so offen, nass. Luftmatratzen, die gut gehalten haben auf jeden Fall. Nach 300 Meter. Und ja. Hier sind wir jetzt am Bahnhof Köln-Deutz. Da, wo man noch für Normalpreise essen kann. Aber scheiße. Aber scheiße, ja, das ist richtig. Aber das Ding ist, wir haben gestern bei so einem Restaurant gegessen, keine Ahnung. Wie wird es gegen den Burgerladen? Ja, das ist ein Burgerladen hier in Köln, direkt irgendwie in der Nähe halt. Und erst mal ist er teuer, kostet gut was. Also ein Burger, ein Cheeseburger, hat 10 Euro gekostet. Ja, 10 Euro, ne? Ja, 10 Euro. 10 Euro gekostet. Und dazu gab es Pommes und so weiter, die erst mal wie Müll geschmeckt haben. Also total hart und zwar bei jedem. Wir waren 7 Leute, bei jedem haben die Pommes scheiße geschmeckt, außer bei einer Person. Da waren die irgendwie frisch irgendwie, bei uns nicht halt. Und ja, der Salat war auch eklig, der Burger. Das Einzige, was da gut geschmeckt hat, war das Fleisch. Also wirklich sehr, sehr schade. Das Einzige, was gut war, war wirklich das Fleisch und die Besiedlung. Das war auch nett, so, ne? Weil das Essen war echt Müll. Aber gut, wir sehen uns nachher wieder beim nächsten Cut. Haut rein, ciao. Jackie! Das ist dein, liebe Sparta. Hallo. Das ist Chili Taishan. Ja, ey, ne? doubling Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du auch. Ja, aber die Qualität ist einfach komisch. Das ist der Lübe. Das ist der Lübe. Wohl auch. Der Österreicher. Ja. Und hier ist der Möchtiger im Türke, Emre, aka bei Cyrex. Emre mag Kameras. Emre mag Kameras. Das ist besonders, dass er nicht mit meiner Kamera kommt. Wir haben Spieler. Bitte? Wir haben Spieler. Ihr habt Spieler? MeinSucht.net. Alle auf meinSucht.net gehen? Dann dreh dir mal deine Brille. Ja, genau. So sieht man das. Ja, genau. Bist du auch mit drauf? Ja. Ich mach nen Vlog. Das ist der Lübe fantastisch. Ach, Emre geht immer wieder ins Bild rein, ne? Ja. Ich dachte, du magst meine Kameras. Richtig mediengeiler Typ, Alter. Wir sind jetzt wieder zurück von der Gamescom. Es ist jetzt 20 Uhr ungefähr. Da kommt nicht mehr. Füße haben zu sehr wehgetan. Ja, das ist ein guter Ausblick, sag ich mal. Wir schlafen bei einem Kollegen oben im höchsten Stock in Wuppertal. Also knapp 50 Minuten von der Gamescom entfernt mit dem Auto. Ja, das ist ganz geil. Leider hat das raus keinen Fahrstuhl. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also echt geil. Ich tage euch das nachher nochmal bei Nacht. Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es war auf jeden Fall super toll, alle Leute zu treffen. Vielen Dank nochmal an alle, die man treffen konnte und auch getroffen hat. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Vielleicht auch früher. Ich hoffe früher. Und bis dahin, haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.